Musik Da sind wir wieder. Ich habe mich auf den Beat abgepasst. Damit es wieder vernünftig losgeht. Ridge Racer 7 spielen wir online im Community-Beef. Und wir haben einen neuen Modus ausgewählt, nämlich den Team-Battle. Das bedeutet, wir haben tatsächlich 14 von 14 Leuten vollbekommen. Ihr könnt gerne im Chat schreiben, falls irgendwelche von euch jetzt draußen sitzen und sozusagen nicht reinkommen. Dann wechseln wir ein bisschen die Spieler durch. Nachher, dass wir ein paar rausgehen lassen. Aber die Gamer haben sich jetzt alle aufgeteilt in ein blaues Team, was ihr auf meinem Screen seht. Und bei Jan, das seht ihr jetzt nicht, weil ihr den Bildschirm nicht drauf habt. Er ist im roten Team drin. Bitte GameMonster82 auch mal auf Start drücken. Auch? Weil dann können wir auch... Der Alex Akir ist bei dir, hat immer noch nicht auf Start gedrückt. GameMonster auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob man die Teams dann wechseln kann. Aber ich schätze mal... Man kann die Teams wechseln. Ja? Ich schätze mal, es ist dann wahrscheinlich so, dass die Autos entweder gefärbt sind oder dass irgendwie die Plätze zusammenzählen. Wir werden gleich gucken, wie man das spielt. Ja. Ich habe es bisher auch noch nicht gemacht. Also ich glaube... Oder es wird nur noch gezählt. Ja, Plätze zusammenzählen, das macht Sinn. Drei, zwei, eins... Also der Silver hat bei mir auch geschrieben, wechseln wir uns vorne ab. Das heißt, es gibt scheinbar tatsächlich diese Taktik, man kann sich gegenseitig ziehen. Ah, okay. Also dass man gegenseitig den Windschatten von dem anderen, dann überholt der, setzt sich vorne dran und... Lass einfach mal gucken, ich werde einfach fahren. Das ist natürlich deine Technik. Ich werde das versuchen. Vielleicht blockiere ich euch auch einfach nur. Da, ich bin das blaue Team. Ich starte aber auch gerade... Ich starte gerade ein bisschen weit hinten. Aber es sieht so gut aus. So wie du es verdient hast. So wie du es verdient hast. Da sind ja Elefanten auf der rechten Seite. Oh scheiße. Da, ihr seht rüber, über den Autos. Hier blau und rot. Ich versuche natürlich nicht meine Leute zu behindern. Seetropf, was soll das? Vor allem ist er rot. Wie der Erste. Noch. Wahrscheinlich lassen wir mich bewusst jetzt nach vorne und ich freue mich, dass ich Führungskilometer habe, aber eigentlich ist es falsch. Da haben sie den Masterplan hinten. Eigentlich ist es falsch, was ich hier mache. Ja, cool. Obwohl im Rückspiel sieht man, wie gerade alle so springen. Wie blöde. Das gefühlt mir cool. Und hier leichter Gischt, die Ruhe springt. Weiß nicht, ob man das so sagt. Das gefällt mir cool. Wenn ich das so sage, dann darf ich... Oh nein, es ist so dunkel. Es ist so dunkel hier. Möchte dich nicht. Ich will Spaß. Ich muss jetzt echt mal die Runden wieder mitzehren. Sonst komme ich hier... Du guck doch auf die Rundenzeit einfach. Ja, ich bin da immer so konzentriert. Ja, also einen kleinen Blick zum Lugen. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich konnte jetzt nicht sehen, ob ich gerade einen von mir geblockt habe. Im Rückspiegel. Das sieht man leider nicht. Der Name steht im Rückspiegel leider nicht drin. Deshalb tut es mir leid, falls ich da einen guten geblockt habe. Einen guten? Also einen blauen. Ich fahre gar nicht mal so schlecht. Ich schon. Das stimmt, ja. Da sage ich nicht nein. Ey, wirklich schade, dass ihr es nicht in 60 Frames sehen könnt. Vielleicht irgendwann mal. Weil das macht wirklich mehr als die halbe Miete hier aus. So schön flüssig. Ach, es war ein guter. Es war Jasmine. Aber trotzdem überholt Jasmine. Ich bin dir auf den Fersen. Ach ja. Gregor. Okay. Kommt dich einfach dein eigener? Das war mit Absicht. Ich verstehe. So. So. Ich habe so ein blaues Feld. Okay. Das mich blockt. Oh nein. Oh. Windschadie. Oh nein. So viele auf einmal. So viele. Bei mir vorbei. Das ist nicht nice. Auf jeden Fall ist das nice. Das ist überhaupt nicht nice. Das ist überhaupt nicht nice. Oh nein. So viele. Ich muss nicht driften wie ein junger Gott. So. Andi vorbei. Das war gut. Ich blocken. Oh. Oh. nein der erste war dann ein schweinepriester da kommt schon windschatten nicht vergessen ok verdammt scheiße der windschatten nicht gereicht aber sechster immerhin mal gucken was das für steam bedeutet gleich ja das war nicht so ja mal ist falls ach so das ist die strecke gucken wir was wir nicht nicht mit falls miss falls das ist das sind die nebelfälle man auf englisch so dass ich mich echt besser angestellt guck mal was das ergebnis jetzt ist es kann bis zu einer stunde dauern bis die neuen daten im playstation network angezeigt werden lasst euch das mal das mal durch die durch die nase gehen verteilt ist es noch aber ihr wart besser glaube ich insgesamt okay warte mal da zehn punkte ach guck mal es ist sogar nach punkten und minuspunkte da ganz nach scheiße guck mal wie viele minuspunkte wie auch da war ich ja mit null noch gut dabei ich habe drei immerhin bekommen was bedeutet das insgesamt 9 zu 9 aber blaues team hat gewonnen weil wir sind cooler wir hatten vielleicht auch einen mehr okay 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 ich gehe mal auf schaffe dass die mitglieder der teams einmal durchgewürfelt werden und riskierst dass ich bei dem team denn naja man kann bist du bei mir im team zum glück nicht jetzt bin ich im roten team es ist mir dann aber jasmine ist bei dir und aber sehtrop ist bei mir diesmal der kann sie auch relativ gut und du hast auch silva okay also ohne menu race settings wir nehmen mal die nächste strecke und machen noch mal ein team race finde ich ja wir können jetzt mal ein bisschen wir haben ja noch ein paar andere modi die wir zeigen können genau wir machen noch ein team race und ich nehme dann vielleicht ein oder zwei leute raus wenn welche noch jetzt erwarten dass die mit rein können nicht dass jetzt weil das feldvoll ist dass wieder alle jetzt nicht mitspielen können ready so drückt gerne auf start leute mal gucken bei dir auch die geschichte und jasmine müssen auf startung mit b aus england mit b aus also es kommen auch gehen auch immer ein paar raus und kommen neu rein ja aber scheinbar nicht deutsche spieler ne das die gemerkt haben auf einmal jetzt geht's alexa kiel ist du musst noch warum hörst du nicht auf mich depotivo alexa kiel ist kiel ist kiel ist wen oder was drei zwei bei mir sind alle ready ja es tut mir leid alexa kiel ist dafür haben wir jetzt ein weniger gewinnen wir auch das können mehr pluspunkte sein oder weniger das stimmt aber irgendjemand muss ja hinten landen das geht ja sonst nicht mit der stoßstange ansicht manchmal ist es gut wenn man verfolgt wird dann ist sie cool aber eine eigenheit an die man sich übrigens nach anderen aktuellen rennspielen wieder gewinnen muss gas geben ja nicht mit den tasten hinten finde ich aber bei der playstation auch irgendwie besser also für für rich racer passt ist weil du da nicht so wirklich analog machst nein da gibt es nur eins voll gas so wer ist das anika aber sunny anika sanika aber ich fahre so gut ach ja das kann ich auch überdreht oh verschissen ach komm verschissen was war das denn ich habe doch gedriftert okay mein auto ist gerade mal stehen geblieben da ist einer in mich reingezimmert und deshalb bin ich falsch gedriftert bestimmt nicht an mir vorbei ihr affenkinder was soll denn das ich war doch so sensationell aber du hast viel gare leute im team wie ich als ich wir sind in hamburg bitte was ja entschuldigung man muss man muss man hier mal die geflogenheiten hier annehmen hier die sprachgewohnheiten in hamburg ja ich meine das ist da sagst du nicht wie ich da sagst du als ich ja ich meine das ist sonst eigentlich auch überall so aber das ist irgendwie ein unding bei mir in der sprache ja ich lerne das auch nicht mehr habe ich so das gefühl ja irgendwann mal irgendwann mal kriegst du auch mal deutsch nachhilfe dann geht das schon müssen nicht hier die ausländer kommen und dir sagen wie es funktioniert deutsch nachhilfe hatte ich schon in der grünen schule ja oh fuck ihr die fuck 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 damit sind auch alle internationalen zuschauer gegrüßt ich glaube jetzt ist die automatik von twitch gegriffen bei so viel bei so viel fucks ah kala umis so rampf nein bist du das das ist der brite der mic mic british wieso klappern trifft nicht ich hab doch losgelässt apropos guten deutsch ach neben mir kannst du dir das leisten ja wer soll mich aufhalten ja das ist das ding ne so wieder vorbei an mic hä ok let's kick it so wo bin ich denn ein bisschen ein bisschen ja ein oder zwei könnte ich noch kassieren mit etwas glück das ist dass ich vorher nicht gedriftet bin obwohl ich losgelassen habe ok der erste ist schon durch mir fehlt noch ein bisschen oh nein muss noch ein bisschen driften dann habe ich den nitros nochmal oh affen affenscheiße dumme drecks aus gesichter wieso habe ich den nitros genommen ich hätte vorher driften müssen super dumme scheiß kacke ist das es gibt nur eine hauptsache für mich ich bin vor dir mal wieder endlich mal wieder nach langer zeit aber ich habe doch geführt es ist aber nicht entschieden es ist ein team rennen ja da muss man jetzt ein team race hinten anstellen manchmal ein intim rennen ist das du bist achter geworden der hat dich auch noch überholt guck doch gar nicht hin guck nicht auf meine schande das hätte ich nicht gedacht wie hat er das denn geschafft guck nicht auf meine schande ich will dich doch aufbauen ach null immerhin immerhin bin ich keine große Schande obwohl rot blau hat gewonnen diesmal alter 20 zu minus 2 what the fucking hell ist das denn 20 zu minus 2 ihr hattet aber auch ein mehr wir schaffen nochmal durch und wir wählen mal einen anderen Modus aus mal sehen was was man dann anstellen kann ach what the hell jetzt wo wir in meinem gleichen Team sind ne team battle wir haben noch per battle und per time attack per battle genau per bris race settings midtown parkway aviator loop echt das ist also jetzt immer zwei es werden es werden zweier immer zusammengepackt und dann wird es gezählt ich bin mit seetrop im ich finde es gut drück auf start mit seetrop will ich gerne in einem team sein ich bin auch zufrieden mit silva also du hast noch silva kalaumes d 0 20 71 ist noch neu dazugekommen ok wir sind 12 das ist gut jetzt alle bereit klicken jetzt werden wir auch eine gerade zahl dann bis auch keiner gerne auf start drücken alle auch du seetrop das ist ja schon ein game monster du lagst immer ein bisschen ja ja game monster drück einfach direkt auf start wenn du nicht wenn du bereit bist so und shinji ist auch noch da ok jetzt ist alles los alles klärchen im ppärchen ups jetzt habe ich oh war da einer gerade raus ne hier sind zwei nicht bereit gewesen oh die waren gerade noch bereit als ich drauf vielleicht vielleicht auch die bewegung war schon unten vielleicht hat man war das auch dadurch bereit dass es rausgegangen ist der finger ja die sind bestimmt auch ok ah guck mal es werden team positions angezeigt drei also weil es zehn leute denn zusammen sind also fünf teams ich bin immer ganz hinten das ist schön dass das spiel mir so viel zu traut mit seetrop mit seetrop und ich mit silva heiho seetrop so silva sehe ich da da sind ja dinosaurier an der seite das ist korrekt ein t-rex dinosaurier der ist bestimmt ausgestockt oh ich fühle ich verriert schon scheiße seetrop komm wir müssen uns nach vorne ziehen seetrop du bist mein bester freund auf der straße gibt es keine freunde doch außer seetrop gibt es keine freunde seetrop ist der beste das macht doch keinen sinn so und jetzt gebe ich mal gas seetrop let's floor it seetrop zieht mich gerade ok guck mal wer erster ist wollte ich gerade sagen aber ich bin gar nicht mehr erster doch ich bin insgesamt erster ah ist das gut seetrop wir sind die geilsten ja seetrop ich zieh mit x gibt's driften wir als ob es um unser leben geht und dann boosten wir seetrop wir boosten mit dem nitro boost seetrop boost das sind gefühle ja seetrop seetrop geheiligt sei dein trop seetrop ich hätte hier gar nicht oh wer flötet da an mir vorbei sanica seetrop das müssen wir gewinnen du brauchst da gar nicht driften sanica ach ja ich habe trotzdem gewonnen wenn seetrop jetzt vernünftig fährt erster und vierte äh zweiter und vierter hast du mit sanica gemeinsam weil du warst nur sechs mit silva naja dritter und sechster ist nicht so gut wie zweiter und vierter warst du jetzt auf eins ich war auf zwei aber wir waren insgesamt auf eins ja das meine ich ok wir waren ich war auf zwei seetrop ist mein lieblingsmensch endlich ist dieses spiel auch mal seinem anspruch gerecht geworden dass das talent auf der straße gewinnt ich habe alles talent auf der straße gelassen schaust dir an schaust dir an das blaue team hat gewonnen chas ashley und seetrop wo warst du wo warst du zweiter hat man dir schon mal gesagt der zweite platz ist der erste verlierer ja ich kenne das also jetzt kennst du es noch ein bisschen besser schön der chat schreibt seetrop und gregor still a better love story than twilight wo sie recht haben haben sie recht und wir glitzern nicht mal obwohl die glatte glitzert jetzt ein wenig ich kann da ja auch ein bisschen ja kannst du gerne ach seetrop warte mal return to room dann machen wir noch ein solches rein wir probieren den letzten mal obwohl time attack könnte ich mir als nicht so warte mal ich mach hier auch mal chat damit ich sehe seetrop reply ok daumen hoch guck mal hier seetrop schaust dir an hier in game gehen hier er schreibt hier das was fast zu mir schau dir geht's aufs ingame regie geht's aufs ingame da schläft sie wir müssen da rauf da ich sag okay und seetrop sagt das was fast so so cool sind wir ey wait hallo meine lieblingsstrecke ist das ab jetzt machen wir noch einmal confirm alle bitte auf start sind die bei dir auch alle auf start ich bin nicht auf start aber jetzt bin ich ich wollte noch etwas kommunikation mit meinem teamkollegen oder kollegin ne jetzt also ach es fliegt irgendjemand in der letzten sekunde raus habe ich immer das Gefühl ich hoffe das nicht weil sonst wäre ich das wärst du der der raus fliegt das wäre natürlich nicht so nice obwohl du bist da ich bin da ich bin da jetzt sind sogar sechs teams sind diesmal dabei okay wie heißt du nochmal seetrop ja dein kollege heißt seetrop okay nach dem rennen gehen wir in die pause aber wir machen jetzt erstmal nochmal harte krasse action yeah let's do this seetrop wir reißen uns zum sieg okay diesmal gewinne ich let's do this come on come on no more waiting anticipating searching for the real du wirst mir etwas zu ausgelassen das war dein erster sieg der alte technomusik kommt jetzt wieder hoch weil das passt zu rich racer alte 90er technomucke ich hab ja den soundtrack von rich racer mir besorgt ich hab die auch rotterdam nation he's right on his tail aber richtig gut seetrop ich komme dir zu hilfe mit meinen punkten und meinem talent sag mal shinji geh wieder zurück in deine ecke und weine weil dein vater dich nicht in den eva rein lässt so oh guck mal wie aufpassen dass ich nicht irgendwie in den bach runterfalle in den lamazonas ey seetrop wir führen nicht was ist los kann das meine schuld sein aber ich fahr doch so gut ihr müsst als team gut fahren ich fahr doch gut ja aber vielleicht fährt er ja nicht gut ne der fährt gut ich fahr nicht so gut ich bin leider hinter dem der pulk der vordere pulk er hängt super eng beieinander ja ich versuch da grad irgendwie durchzukommen jetzt überdreht searching for the real thing mhm aus der tour unlimited die nachfolge singles die keiner mehr gehört hat mhm erzähl mir mehr du weißt doch immer wer tour unlimited sind ne ja tatsächlich nicht das lied von dem sie das model comet lied geklaut haben ich verstehe du 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 there's no limit du 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 ach egal also im community gab es glaube ich noch nie so viele einblicke in verschiedenste themen wie heute beef bringt die information zutage alles was man wissen oh scheiße ich hab den nitro balken gedrückt die ganze zeit ich hab's nicht gemerkt ich bin ein vollidiot ich hab von alleine gezündet scheiße warum sind die noch so weit weg ich fahr flawless wie zwei junge götter seetrop kann es sein dass wir nicht gewinnen diesmal kann es sein dass wir im mittelfeld landen wie wie ist der oh der pulk ist aus weg von mir sogar jump it hui umfta 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 nur weil es silber fünf ist also das nächste mal strengt sie sich auch oder er sich auch noch an und dann schaffen wir es vielleicht auch auf 1. Wie war das Regie? Wir müssen jetzt nachher in die Werbung oder waren wir gerade eben? Ich bin so durcheinander. Wir müssen jetzt in die Werbung, lieber Gregor. Ah, so hast du das gemerkt. Ja, aber ich konnte an nichts anderes denken. Siehtraut, es tut mir leid. Unsere Love-Story hat ihr Ende gefunden. Unser hochqualitatives Gameplay. Vielleicht können wir ja nach der Werbung ein Reboot sehen. Ich glaube, wir werden da nicht sehen. Guck mal, wie die Regenbogenfarbe. Haben wir es gemacht. Wir sind quasi unsere eigene Pro-Gay-Flagge, haben wir gerade hier geformt. Das ist doch schön. Wir hatten Sunnycar und D02071. Wir sind in die Punkte. Das rote Team hat gewonnen mit Jasmine und gar keinem. Ach, okay. Deswegen ist die auf Platz 1, nur weil sie alleine war. Und weil keiner andere runtergezogen hat. Das heißt, Jasmine hat alleine mehr Punkte verdient als JP18Game und Silver14 zusammen. Übrigens, ich bin JP18Game. Du bist das? Ach ja, bist du ja. Habe ich auch vergessen. Wer bist du eigentlich? Never the bride, always the bridesmaid. Schon wieder Zweiter. Aber ganz gerne. Na gut, Leute, würde ich sagen, wir gehen in die Werbung. Und wenn wir wieder zurück sind, dann probieren wir noch ein bisschen weiter aus. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Bis zu, was gibt es danach? Wir müssen reden. Mit Sophia über Haustiere. Mit Sophia über Haustiere. Oh Gott, das sind wieder ganz traurige Geschichten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann sehr witzig werden. Bleibt da dran. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, Ridge Racer 7, Online Battle, Raum Chaz Ashley. Und dann fahren wir zusammen.